Es ist 6.20 Uhr, mindestens vier Stunden zu früh. Aber wir haben eine Mission, wir wollen hoch hinaus. Wir wollen heute eine tolle Mission, wir wollen einen Ballon ins Weltall schicken. Wir schicken Funkwellen ins Weltall für mögliche Aliens. So, was machst du jetzt hier gerade? Wir haben jetzt hier gerade den Wetterballon gefüllt. Da ist Helium drin, also so ein Natur-Kautschuk-Latex-Ballon. Der dehnt sich auf das Vielfache seines Volumens aus und steigt fast 35, 36 Kilometer hoch. Unterhalb des Ballons, hier sehen wir das auch so an der Schnur, hängt erstmal so ein Fallschirm, der bremst dann quasi unsere Sonde ab. Die hängt dann noch weiter unten an der Schnur dran, weil wir wollen ja euer Maskottchen in die Stratosphäre schicken. So, schon mal. Passt schon. Unsere Funksprüche an die Außerirdischen laufen auch schon, das Signal empfangen wir schon. Also, dauert es nicht mehr lange, dann können wir gleich abheben. Drei, zwei, eins und ab geht's. Wer blickt da? Woff! Hallo! Woff! Woff! Wer ist hier? Woff! Das cinq? Woff! 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 Wir brauchen kein Freund, Bas! Bases. Woff! 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 Liebe Aliens und sonstige blubbernde Bioformen, ihr mögt euch ja gut auskennen in den Weiten des Weltfilms, doch das reicht nicht, denn von einer Sache habt ihr keine Ahnung und das ist also okay. Das geht so nicht. Eishockey ist schnell, spannend, hart, kämpferisch, intensiv, sexy und insgesamt einfach. Verdammt cool. Für die geschätzte Weltraumgemeinde jetzt als freundliche Auskunft der erste Spieltag der Penny DEL Saison 2021-2022. Die meisterlichen Eisbären Berlin gegen den beflügelten EHC Red Bull München. Die giftigen Iserlo-Nusters gegen die tapferen Nürnberg-Eistigers. Die *** Kölner Haie gegen die 10 Grizzlies Wolfsburg. Die oft lustigen Krefeld-Pinguine gegen die tausendschöne Düsseldorfer EG. Wenn ihr in tausenden von Jupiterjahren diese Nachricht entschlüsselt, dann wisst ihr wenigstens, wer in der Erdensaison 2021-2022 für die Rot-Gelben aufgelaufen ist. Seid dankbar dafür. Im Angriff stehen Alexander Barter, der grimmige Kapitän des ganzen Haufens. Der Stürmer mit dem coolsten Namen Jerry D'Amigo. Der Tobi Eder oder der Eder-Tobi, so genau weiß das hier niemand. Grüße aus der Sportstadt Düsseldorf. Grüße in die Ewigkeit. Möge der Puck mit euch sein. Eure DEG Ach eins noch. Wann holt ihr eigentlich die Kölner und Krefelder wieder ab? Okay, also hier haben wir jetzt die GPS-Koordinaten. Alle fünf Minuten kriegen wir ein Signal und der ist jetzt hier schon in Bad Drieburg. Der wird bis nach Marsberg fliegen, also sollten wir uns jetzt eigentlich auf den Weg machen. Okay, alles klar. Da geht's los. Wir fahren jetzt nach Marsberg, wo der Ballon voraussichtlich, hoffentlich landen wird. Das ist eineinhalb Stunden Fahrt, also wir müssen uns jetzt ganz schön sputen, damit das Ding keiner vor uns findet. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Alles klar. Dann raus. Schau mal, da liegt der Fallschirm. Geil, ich hab's gefunden, ey. Britta! Unser Miniatur-Düssi ist nicht da, aber der ist ja, wie gesagt, Gott sei Dank nur die kleine Spielzeugform von ihm. Der echte ist ja wohl auf und den kleinen, an dem erfreuen sich jetzt wahrscheinlich die Aliens. Hier, Britta. Ich hab deine Box gefunden. Danke, ich geh jetzt nach Hause. Danke, Tobi. Großer Einsatz. Darf spielen. Ja, danke. Danke. Bis zum nächsten Mal.